So und das kommt jetzt alles in den Topf. Das sollte reichen. Zeig mal deinen Hund. Nice Shopping. Schön, ne? Aber da ist noch eine Spinne. Kann man mit Essen gucken? Ne, ich mach die noch mal ein bisschen sauber. So, es ist Freitag, 10 Uhr morgens. Und das heißt, wir gehen jetzt zum Skippers-Meeting. Da wird alles so beredet oder Bescheid gesagt, wann es losgeht, welche neuen Regelungen es eventuell gibt und so. Und was passiert da noch? Wenn dann genug Wind ist, dann wird angesagt, wann wir starten. Dann schauen wir doch mal, was da so los ist. Ja, schönen guten Morgen hier auf der Insel Usedom. In Aalbeck. Drittes Mal sind wir jetzt hier. Und wie ihr festgestellt habt, ihr Windtechnisch, also für Freestyle, den haben wir auf jeden Fall gecancelt. Das macht keinen Sinn. Aber für die anderen Disziplinen, also für Racing, sehe ich auf jeden Fall gute Hoffnung. Und wer weiß für Slalom, man weiß ja nie. Wind ist aus der Vorhersage, bestätigt sich aktuell ja auch Flat as Pancake gerade so ein bisschen. Trotzdem ist Leo auch hier. Und Dominik, falls du irgendwelche Freestyle-Fragen noch geben sollte, habt ihr bestimmt Bock, mal drauf zu antworten. Das ist ja auch meine Ecke. Junge in der Ecke. Natürlich, wir sind Team-Junge. Die letzte Reihe abgereiht. Asi-Racer. Auf jeden Fall Kitesstern. Den hat ihr voll zerstört. Ich bin letztes Mal leider an der Bojenkette hängen geblieben. Und hab mir da ein bisschen den Flügel abgerissen. Aber das ist gar kein Problem. Ich schleif das einfach weg. Ich schleif es einfach so ein bisschen gerade und dann läuft der Lachs wieder. So, wir sind hier bei den Kitesurf Masters in Usedom. Und wir haben den ersten Tag und heute haben wir schon zwei Races gefahren. Und zwar ist das ein Dreieckskurs mit den Hydrofoils. Und wir hatten relativ wenig Wind, aber es hat auch noch gereicht für zwei Rennen. Und es liegt gar nicht mal so schlecht. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, und zwar hier haben wir den Kurs. Das ist die Startlinie. Das bedeutet von oben kommt der Wind. Und dann fahren wir von der Seite an. Kreuzen einmal bis nach oben um die Lufttonne. Passieren die von der rechten Seite. Anschließend geht es einmal durch Skate. Nach links oder nach rechts. Dann nochmal ein Upwindkurs bis nach oben. Oben um die Tonne wieder. Bis nach unten um die Delaytonne. Und dann hier quer durchs Ziel. Genau, das ist der Kurs von dem Hydrofoil Racing. Und dann haben wir hier auch noch die Ergebnisse. Und zwar sehen wir hier. Erster Florian Gruber. Ich war Platz Nummer 11. Heute nicht so gut abgeschnitten. Heute war nicht so gut. Einmal 10. Einmal 13. Bei mir ist ganz schlecht. Ich habe heute richtig verkackt. Ja, war mega. Bootfahren ist immer schneller. Welches Ergebnis hast du jetzt erzielt, Henrik? Erster. Ja. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Nächstes Mal macht Timo auch mit. Da musst du dich dann warm anziehen, ne? Also es gibt heute Senfeier mit Nudeln und Gorgonzola Soße. Und noch ein bisschen Grünzeug. Nicht schlecht, oder? Eier sind auf jeden Fall meist. Wie viel hast du genommen? Eier sind auf jeden Fall meist. Wie viele Eier hast du? Drei. Alles für die Games. So, zurück im Fahrradlager. Ja, wir kommen mal in unserem Nutzhaus. Ja. Oh, ein bisschen Ton. Ordentlich was los hier hinten. Hier ist unser Krib. Willkommen nach Hause. Alles am Start. Hast du ein Kaki? Wartet Auto, Kaki. So, an der Zeit ein paar Vlogs zu schneiden. Ein bisschen arbeiten nach dem langen Race-Tag. Morgen geht's hoffentlich weiter. Bist du fertig? Ich könnte jetzt auch schon schlafen. Das glaub ich dir nach dem leckeren Essen. Aber? Immer selbst und ständig. Herrlich.